Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu The Casting of Frank Stone in Kapitel 13. Murder Mill. Und da ging es ja gleich furios los, haben wir in der letzten Folge gesehen. Da bin ich jetzt auch so ein bisschen kurz angeboten, ob der gewaltigen Spannung, die nun hier folgen wird, hoffentlich endlich mal. Ja, schön, wenn mal was passiert. Hier kommt schon wieder Frank Stone mit seiner Terminator-Sicht. Da ist er. Jetzt muss er sein. Temperament voller Bursche. Aua. Eieieiei. Freak time. Mach doch was. Okay, okay, okay. Äh. Reicht das schon? Zumindest, dass er abhauen kann. Okay. Jetzt gibt die Kamera ihren Geist auf. Nein, Frank Stone regeneriert. Oh, Bonnie? Kann ich dich retten? Möchte bitte Bonnie retten. Oh nein. Oh nein, oh nein. Jetzt versagt die Kamera ihren Dienst. Kann ich filmen, bitte? Oh, au, ei, uh. Gute alte Haken. Oh nein. Diese Zungen könnten jetzt sagen, endlich mal eine Leiche. Aber dass es jetzt ausgern mit Bonnie sein wird, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Oh. Habt ihr jetzt nur den Film? Was? 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 Ach, es war alles nur ein Film? Oder wie? Oder was? Mom? Äh. Äh. Das ist nie passiert. Sieh nicht hin, Maddie. Das ist nie passiert. Sie ist da ganz die Kamerafrau. Von früher. Ich, äh. Ich denke, es ist Zeit. Ich habe nur irgendwie... Ich habe meine Existenz. Warum hast du es so eilig? Augustin, Lieber ist doch wieder da. Ihr seid in guten Händen. Oh, das sieht doch ganz schmuck aus, die Lieber, oder? Oh nein. Ah, und wir sind wieder in der Vergangenheit, oder wie, oder was? Im Jahre 1980, ja? Ja, sieht so aus. Ich verstehe jetzt irgendwie rein gar nicht. Nichts mehr. Sind da jetzt die anderen drin, oder sind die in der Zukunft, oder? Manchmal wenigstens sind die Türen offen. Nichts da, Junge. Überlebt er denn auf jeden Fall, oder was? Oder wie? Oder stirbt er auf jeden Fall? Naja, wir werden es sehen. Sam, 0.57 im Ofenraum. Ich möchte auch gerne mal 0.57 in einem Ofenraum sein. Finde die Teenager. Kriegen wir hin. Hier kommen wir gar nicht jetzt wieder weg, oder was? Ja, sieht so aus. Ja, ja. Meine ewig wären die Gier nach Collectibles. Hier kommen wir aber lang. Ich gehe einfach mal den Weg nach jetzt hier. Wo Licht ist, ist auch ein Ausweg. Nein. Falsch. Nicht immer ist dies der Fall. Okay, also den anderen Weg. Da war, glaube ich, noch eine Tür, oder noch ein verfügbarer Weg. Okay. Genau. Achso, ich dachte, er müsste jetzt balancieren, oder so. Jetzt ist er wieder hier runter, genau. Moment, was konnte ich da ansehen? Aha. Bonnie. Die ich fast übersehen hätte. La, la, la. Ich finde die Kinder und sehe die Gehängte nicht. Nein, nein. Ah, gut, in dem Fall vielleicht schon. Sieht nicht mal ganz so frisch aus. Oh. Sollte es doch da bleiben, du frecher Bengel. Oh, oh. Los, er schießt Frank Stone. Ich komme mit dir. Ich muss Hilfe. Nein, 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 Robert. Was da drin ist, ist zu gefährlich. Ich kann nicht, dass du dich getrennt. Ich kann nicht. Aber es ist meine Schuld. Ich habe sie hier drin. Ich... Wenn du nicht hörst, kann ich dich schützen. Und ich kann nicht trust, dass du mich hörst. Ich bin sorry. Nein. Ich bin sorry. Äh. Ja, nun macht mal irgendwie was. Genau. Fatih muss es wieder richten, wie damals 1962 oder 63 oder wann das war. Okay. Ich habe gerade extreme Déjà-Vus. Finde Raime und Linda. Okay. Na dann. Dann finden wir sie mal. Erstmal hier lang. Ah, hier ist ihre Kamera. Nein, 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 nein. Da will ich noch nicht hin. Moment, Moment, Moment. Da war doch noch ein Weg, dass ich einschlagen konnte. Ne? Genau. Aber es geht nicht weiter, weil hier eine Tür ist. Na ja, gut. Nun ja. Nun ja. Geht auch nicht lang. Na gut, was soll's. Ist ja auch egal. Wir gehen mal weiter. Kommen wir hier durch noch? Nein. Okay. Ach, jetzt hat er die Kamera. Ich verstehe. Das weiß natürlich sofort, was damit zu tun ist. Oh, das sind kurze... Kurze Wege hier nur. Ihr versteht, was ich meine. Hier lang? Nein. Missfällt mir sehr. Hier lang auch nicht. Jetzt da durchzwingen, wetten. Ja, sag ich doch. Ja, hoffentlich. Fragt sich mal, ob wir sie einsetzen müssen. Das ist nicht richtig. Es fühlt sich, dass... er hier ist. Ja. Das glaube ich auch. Hier komme ich nicht hoch, ja? Okay. 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 Was, was, was? Okay, ich versuch's ja, also. Da ist er doch. Da ist er doch schon wieder der Schlingel. Dieser Eumel. Gut, dass es nur ein Frank Stone kommt und, äh, ein Frank Stone gibt und keiner von hinten kommt. Noch ein Pöpplein. Okay, wir finden das Gespenst. Das Phantom der Rache. Schade, nix zum Aufziehen. Gut. Jetzt ist ja doch ein bisschen spannend, weil Frank Stone hier lauern kann. Andererseits, schwer zu besiegen ist er dann nicht. Oh, okay. Den Heim haben wir gefunden. Sehr gut. Äh, was ist denn passiert? Ach, er ist an dem Haken. Ah. Okay. Na, das hat Sam ja auch schon mal durchgemacht. Das ist ja alles halb so wild. Los, der hat jetzt seine Schulter gehabt und nicht im Bein. Wo sind die anderen? Chris ist weg. Noch nicht. Ja, 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 und dich auch, aber... Aber die ist doch gar nicht tot. Na, denkt er vielleicht nur. He is watching us. Okay, die müssen wir jetzt auch noch finden, ja? Okay. Aye, aye, Captain. Frank Stone kann jederzeit erscheinen, aber wir bleiben hier in der Druck der Ecke hängen. Ja, ja. Läuft super. Läuft super für dich, Reime. Hättest du die Böller nicht, wärst du schon längst tot, also beschwere dich nicht. So. Finde Linda. Gut, Reime vom Haken gerettet kriege ich ein Achievement. So, so. Labyrinthesk hier. Wahrscheinlich muss man jetzt irgendwelchen Stimmen folgen oder so. Okay, kommen wir der Sache wohl schon näher. Ja, wo ist sie denn? Erstmal fängt Frank Stone voraus. Aua, aua, aua. Nein, 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 nein. Äh. Okay, das war's mit mir. Aus irgendeinem Kühnengrunde. Konnte ich dir nicht abwehren. Oh, oh. Oh, der ist hart im Nehmen. Hm, jetzt steigt der Bodycount hier doch etwas, ne? Du musst eine Stabstunde stoppen. Das ist das wichtigste. Mehr als du. Mehr als deine Freunde, mehr als ich. Du verstehst? Ich weiß nicht, wie. Ja, die Kamera. Du kannst ihn verraten. Hätte ich da jetzt überhaupt durchgekommen? Na, egal. Es ist nun mal passiert. Und wir haben tolle Filmaufnahmen für Chris. Ah, jetzt ist... Okay. Ah, sein Sohn, ja? Oder wie, oder was? Werden die jetzt hier bewusst mit falschen Tatsachen vorgeführt, oder wie? Ich verstehe das langsam nicht mehr. Ich dachte, die wären jetzt wieder da beim Film gucken und plötzlich sind sie wieder hier und... So, wir wollen mal sehen, wie es weitergeht, ja? Oh, oh. Das ist gemeingefährlich, der Stone. So, nun halt die Kamera drauf. Kann nicht so schwer sein. Ich drücke trotzdem die Knöpfe, obwohl das wahrscheinlich vollautomatisch geht hier gerade. So kann nichts schief gehen. Komischerweise hält bei ihm der Film ewig. Oh, nun, Linda, nimm doch mal die Beine in die Hand da. Oh, Mann. Filmen. Filmen. Regeneriert. Kleiner Tipp. So, Linda, komm. Quicktime-Event. Nur Linda kann diese Kamera bedienen. Und dieses Redline drehen. Na, 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 na. Die Ghostbusters-Kamera. Die Ghostbusters-Kamera. Aha. Das gibt wirklich eine tolle Aufnahme später. Könnt ihr sagen, das waren gute Special Effects von George Lucas oder so. Aber ich glaube, der Film... Naja, das kommt ja sicherlich noch raus. Wie diese Zeitstränge sich dann verknüpfen und so. Aber scheint ja zumindest jetzt erstmal etwas Ruhe zu sein. Und ich glaube, ich konnte mit Sam dem auch nicht, ähm, besiegen. Vielleicht, aber... Naja. Vielleicht ist das einfach nur Teil der Story. Oh-oh. Oh-oh. Die Kamera. Sie bewegt sich. Und leuchtet unheimlich grün. Oh nein. Jetzt ist er in der Kamera. Oh wei. Und Kapitel 14. The Massacre in Garand Manor. Hmm. 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 Augustin anklagen, Augustin anklagen, ja komm, wenn ich alles auf Stand up lasse, aber sie ist absolut der des Pudels Kern hier, die Dame. Oh oh. Und liebe Leute, ja, ja, das will ich jetzt hier nicht allzu spannend machen, aber die Folge ist dafür doch, glaube ich, etwas schon zu fortgeschritten. Ich habe die Macht des Pausenknopfes und ich werde sie nutzen. Bei der Gelegenheit können wir uns vielleicht nochmal die Sammlung angucken, was wir dazu bekommen haben von diesen Relics hier. Rinn, Yamaoka, bla 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 bla. Gibt zu jedem Pöblein hier immer noch ein kleines Hintergrund, eine kleine Hintergrundstory. Moment, 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 liebe Freunde, nicht so flott. Und ansonsten haben wir hier nur die Schicksale noch beeinflusst, richtig? Medifang, den Anhänger gab ihn, Stan, genau. Rettete Heimer und schütte, ja, von Frank Stone. Ach, okay, er hätte auch Linda finden können, okay, dann wäre es vielleicht anders ausgegangen, wenn ich beide gefunden hätte, so ist das gemeint, okay. Heimer, dadadadam, er beschützte sie, er beschützte sie, wurde beschützt und bla 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 bla. Genau, und nochmal Chris, bla bla bla, das kennen wir ja eigentlich alle schon, ist egal. Gut, ich würde mal sagen, beim nächsten Mal, ähm, sehen wir uns ja beim großen Finale von, ähm, The Casting of Frank Stone wieder. Ist ja doch ein bisschen passiert jetzt, etwas spät, ähm, kommt's hier wirklich erst zu Action, finde ich, in dem Spiel hier und, naja. Egal, ich finde das Spiel trotzdem nicht so schlecht unbedingt, aber, wie gesagt, als Let's Play Format für mich bestimmt in Zukunft nicht geeignet und, aber, ich ziehe das jetzt erstmal durch bis zum Ende, ist ja ganz spannend gemacht. Also, ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht und, ja, hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt The Casting of Frank Stone, dann wohl zum Finale. Ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal, euer Flo sagt und tschüss.